Wir haben die nächste Übung geturnt mit 6,1 und jetzt sind wir gespannt, wie ihre Übung heute wird. Schraube rückwärts, gehockt, absolute Höchstschwierigkeit, Innenstand gezimmert auf dem Balken, Mini-Flick-Streck-Salto, super gezeigt, ganze Drehung. Durchschlag, Durchschlaghalbe, da musste sie ein bisschen kämpfen bei der Landung, um nicht runterzufallen. Freier Überschlag, Breitsprung, Grätsprung, auch eine Dreierverbindung, 1,1 plus, freies Rad. Durchschlag zum Ringen, ein bisschen kämpfen musste sie, aber sie geht sehr dynamisch durch ihre Übung durch. Und Mini-Flick.